3. Oktober 1990, wieder vereint. Wir sind für die Bayern hier, wir sind für Deutschland. Freude und frühe Warnzeichen. Die Nacht der Einheit auf dem Rostocker Boulevard. Ja, Jugendliche machten mit lautstarken Provokationen wie Wir wollen keine Ausländerschweine ihrer nationalistischen Gesinnung Luft. Während die Nation mit glänzenden Augen in den Hurra-Deutschland-Jubel verfällt, spüren die Ausländer jeden Tag härter, wie wenig sie eigentlich dazugehören. Wir müssen unser Deutschland gemeinsam aufbauen, aber nicht mit Türken und mit Polen. Wir müssen Deutschland mit Deutschen aufbauen. Und nicht einmal zwei Jahre später, ein tagelanger rassistischer Gewaltexzess in Rostock-Lichtenhagen. Die Polizei hat sich inzwischen völlig zurückgezogen. Auch in der vierten Nacht noch kein Friede in Rostock-Lichtenhagen. Vorher war dieses Problem in dem Maße nicht erkennbar. Das war kein Ereignis, kein Blitz aus dem heiteren Himmel. Es ist eine riesige Warnung schon gewesen, dass ein halbes Jahr vorher hier ein Mord passiert ist. Wenn die Jugendlichen für ihre Taten bestraft worden wären, dann wäre das nicht so hochgekocht. Wie konnten Rassismus und Gewalt so dominant werden und unterschätzt bleiben? Heute Mittag, kurz nach 12 Uhr. Ankunft in der Fremde, Ankunft in Deutschland. Rostock-Lichtenhagen, Hermann-Mattern-Straße 18. Das ist die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber im Land Mecklenburg-Vorpommern. Blumen gab und gibt es für sie keine. Nur außen, an der Häuserwand, da sind welche. Sonnenblumen. Der erste Eindruck ist ernüchternd. Doppelstockbetten, es ist eng. Man schaut sich um, ein paar Quadratmeter Deutschland, hier für drei bis vier Tage. Wie ausländerfreundlich ist denn dieses Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das denken Sie? Ich war sehr angenehm überrascht, als über Weihnachten beispielsweise und zum neuen Jahr viele Asylanten, auch Aussiedlerfamilien eingeladen wurden, zu Leuten nach Hause, in den Gemeinden eine sehr schöne Aufnahme fanden. Und ich muss sagen, die Bevölkerung hat gezeigt, dass Mecklenburg-Vorpommern durchaus Aussiedler und Asylanten, also ausländerfreundlich ist. Dennoch ist das ja auch nicht nur eine menschliche Frage, die Aufnahme der Asylanten, sondern auch eine finanzielle. Ich würde das nicht anders sehen. Das war tatsächlich so. Zwar gab es eine unterschwellige Angst in der Bevölkerung, den mühsam erworbenen Lebensstandard oder den noch nicht erworbenen und in der Zielgerade der eigenen Entwicklung gesehene Lebensstandard wieder zu verlieren. Das war 1991 am Anfang des Jahres noch nicht der Fall, dass das breit in der Bevölkerung verankert war. Darum konnte ich auch zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude feststellen, dass so eine Willkommenskultur zum neuen Jahr an vielen Stellen gepflegt wurde. Bei uns ist es schon schwer, wenn hier ein Wicker reinzieht, also in der Wicker ist ja ganz schlimm, der bleibt also mindestens eine Generation lang. Das Willkommen war nicht flächendeckend, den Bürgern fehlte das Gespräch. Das ist auf dem Dorf, sonst soll auch so bleiben. Jetzt bringen Sie hier völlig fremde Leute ein, die keiner kennt. Der erste Fehler ist schon gemacht worden, dass von vornherein nicht mit den Leuten gesprochen wurde. Das ist der erste Fehler, dafür haben Sie sich entschuldigt, der Fakt steht aber. Der zweite Fehler ist meiner Meinung nach der, dass Sie die Leute nicht mit hergebracht haben und wem mal gesagt haben, dass die sich mal vorstellen, aber im Wesen weiß, was sind das überhaupt für Leute? Christine Dembski war die erste Ausländerbeauftragte in Greifswald. An die Stimmung auf der Bürgerversammlung zum gerade eingerichteten Asylbewerberheim der Stadt erinnert sie sich gut. Die hatten noch gar keine konkreten Erfahrungen, aber es war eben gleich Abwehr aus Angst, dass da eben Schlimmes kommen könne. Und man sieht den Oberbürgermeister, der ja ein ehemaliger Pfarrer war, der eben an das Gute im Menschen appelliert und sagt, nehmt Sie doch als Nachbar an. Da gibt es Möglichkeiten über die Gemeinde und die Gemeinde ist ja nicht das Einzige. Sie haben hier diesen Verein oder jeden Verein, Sie haben Nachbarschaften, Sie können sich so einen Menschen einladen. Es gibt dort auch Vertrauenswürdige, das sieht man Ihnen auch an. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, jemanden zu finden, der aus Ihrem Bekanntenkreis einigermaßen mit Englisch umgehen kann, dann laden Sie ihn dazu und versuchen, das Ihre zu tun. Mit der Einheit werden nun Asylsuchende nach einem festgelegten Schlüssel auch in die neuen Bundesländer verteilt. Für Gemeinden wie Greifswald heißt das, schnell müssen provisorische Unterkünfte her. Und die Nachbarn erfahren von den Plänen erst aus der Zeitung. Ein fairer Umgang mit den Bürgern konnte gar nicht passieren, weil schon der faire Umgang mit den Behörden gar nicht passierte, jedenfalls aus unserer damaligen Sicht. Also die konnten sich nicht vorbereiten, die mussten von einem Tag zum anderen irgendeine Immobilie bereitstellen. Und dadurch konnten sie auch den Bürgern nicht gerecht werden. Aber ob das was zu diesem Zeitpunkt geändert hätte, das wage ich zu bezweifeln. Denn gleichzeitig organisierte sich die Naziszene auch in Mecklenburg-Vorpommern immer stärker. Ich denke, Skinheads sind die mit der Glatze, die Jungs, die etwas aggressiv sind. Das sind so eine Jugendliche, die sich so zusammenschließen und ein bisschen Krawalle machen. Gewaltbereite Nazis gab es bereits in der DDR. Die wurden aber von der Staatssicherheit gedeckelt. Offiziell existierte das Problem nicht. Ihr Feindbild blieb auch nach dem Ende des Sozialismus das Gleiche. Ausländer, Russen. Ja, warum nicht? Ja, und die Roten, das ist ja nicht. Das sind die Jungs, die uns da alles verbieten wollten. Und wenn du einmal den Arm gehoben hast, dann durftest du gleich erstmal in die U-Haft, dann ein kleines Gerichtsverfahren und dann erstmal wieder ein, zwei Jahre weg. Jetzt geht es um die Hoheit auf der Straße. Und noch mehr. Also die Grundideen des Nationalsozialismus sind richtig. Es wurde auch einiges falsch gemacht. Was sind für dich die Grundideen des Nationalsozialismus? Volksgemeinschaft. Staatsfeinde ist ein ganz normales, die ins KZ kommen. Was ist denn das noch? Baseballschläger, sagst du? Und was habt ihr da noch so mit? Ja, Messer. So ein Butterfly-Messer. Pistolen. Raketenaufsatz drauf. Ketten. Alles sowas. Alles, was wehtut. Und Schuhe, ne? Stahlkappeln, ne? Wie wird denn so ein Baseballschläger eingesetzt? Zeig mir das mal. Hier liegt ja einer. Wie muss man den anfassen? Gibt es da eine bestimmte Technik oder so? Zeig mal. Dann fährt man einfach jetzt so an, über die oben, sodass man ordentlich hat, um den einfach so zuhauen. Fährt ein Straßenmann in die Haltestelle ein und zehn der Skinhead-Zugehörigen Zähne sehen dort einen Punk in der Bahn. Ja, sie stürmen diesen Wagen der Bahn, zehren diesen Punk aus der Bahn heraus, schlagen ihn auf der Haltestelle oder im Haltestellenbereich zusammen, sodass der besinnungslos dort liegt und dann werden ihm die Haare geschnitten. Uwe Böttcher kennt die rechte Szene. Er leitete 1991 die Sonderermittlungsgruppe in Schwerin, eigens eingerichtet, um die Gewalt in den Griff zu bekommen. Wir haben mit der Ermittlungsgruppe zeitweise zwölf Kollegen gehabt. Ich war mit meiner Ermittlungsgruppe größer als die Kommissariate, nur um das mal so bildhaft darzustellen. Die Straftaten waren so enorm und so auch intensiv von der Ermittlungsarbeit, dass wir die immer mehr aufstocken mussten. In den meisten Fällen sind die Arbeit, die wir gemacht haben, nicht gewürdigt worden von Gericht. Wir hatten das Gefühl, dass wir für den Papierkorb arbeiten in der Zeit. Es war eine wilde Zeit, muss ich wirklich sagen. Wir haben Arbeit ohne Ende, ermittelt ohne Ende, Täter klargestellt, ermittelt und es passierte nichts. Ihnen passierte nichts. Hauptgrund für den Polizisten, die Justiz des Landes ist erst im Aufbau und bekommt neues Personal. Auch die Jugendrichter sind nun andere. Es sind viele neue Beamte aus dem Altbundesland gekommen. Die haben hier ihre Dienstposten übernommen. Und diese, ich sag mal, diese liberale Einstellung der Richter. Vielleicht haben sie schon mal was von 68ern gehört, die Richter. Und solche Leute waren bei uns und haben da gesessen und waren jetzt Richter. Und meines Erachtens hatten die eine andere Einstellung dazu. Das sage ich jetzt, obwohl ich mir damit nicht Freunde schaffe. Da hat er nicht ganz Unrecht. Das war am Anfang dadurch, dass wir vor allem Richter aus Hamburg hatten, hier tatsächlich, mir sind da Einzelfälle bekannt, ein Problem. Das trifft sicherlich nicht alle Richter. Und das wäre unfair, wenn man das jetzt so generalisierend sagt. Aber da ist ein Problem gewesen. Alexander Prechtl kommt damals als erster Generalstaatsanwalt aus Karlsruhe nach Mecklenburg-Vorpommern. Seine Aufgabe, die Justiz des Landes neu aufzubauen. Dass Jugendliche damals kaum Strafen zu befürchten hatten, liegt seiner Meinung nach aber nicht nur an den Richtern, sondern auch an der Ermittlungsarbeit der Polizei. Die Art der Beweisführung in der DDR war eine andere als heute. Wenn man da überzeugt war, nach der Devise, dem ist es zuzutrauen und einer muss es ja gewesen sein, da waren die Beweise manchmal einfach nicht ausreichend. In der DDR also waren Beweise nicht entscheidend. Der Knast konnte schnell kommen. Ein Verdacht reichte aus. Die Polizei hatte gravierende Probleme. Sie kämpfte nach dem Mauerfall mit veralteter Technik, schlechter Schutzausrüstung und unsicheren Arbeitsverträgen. Unter dem Motto, eine Denkpause für den Minister, versammelte man sich für zwei Stunden zu einer Protestaktion vor dem Innenministerium. Dem obersten Dienstherrn wird allerhand zur Last gelegt. Das ist keine rechtliche Absicherung hier. Wenn einem Dienst was passiert, wissen wir gar nicht, was denn los ist. Wir haben ja nicht mal einen Arbeitsvertrag, wo man es so nimmt. Das ist klar, dass wir lieber mal weggucken, bevor wir irgendwas gegen irgendwelche Leute unternehmen, bevor man irgendwas falsch macht und man nachher eventuell entlassen wird. Alles das, das Landesbeamtengesetz, das Polizeigesetz, alles das war in der Erarbeitung. Das ging erst im Jahr 91, dann peu à peu über die Bühne. Das war die Schwierigkeit dem Aufbau eines neuen Landes geschuldet, in der neuen Demokratie. In dieser neuen Demokratie suchen in den ersten Jahren immer mehr Menschen Schutz. Der Krieg von vermeintlichen Skinheads, Hooligans und anderen jugendlichen Randalierern gegen die Schweriner Asylbewerber geht weiter. Drei Tage wurde ein Heim für Asylbewerber in der Landeshauptstadt von Skins und Jugendbanden terrorisiert. Am Ende lag alles in Scherben. Die Bewohner flüchteten in Angst um ihr Leben. Die Polizei kam und fuhr zunächst wieder ab. Als Flüchtende kommt Natalia Kalugina aus der Sowjetunion zunächst nach Hamburg. Mit der Wiedervereinigung müssen sie und ihre zwei Kinder nach Schwerin umziehen und erleben dort nach nur wenigen Tagen den Angriff mit. Das war schrecklich. Besonders, es waren sehr viele Kinder. Sehr viele Familien mit Kindern. Und da kamen die Flaschen mit Molotow-Koktel. Und die Flaschen flogen in die anderen Fenstern auch. Und die Kinder haben von Angst geschrien. Die Mütter mussten die Ohren zu halten, Augen zu halten. Ganze zwei Streifen waren der Inspektion Nord, kamen eine gute Viertelstunde später, fuhren aber unverrichteter Dinge wieder fort. Umgehend rief die Ausländerbeauftragte erneut die Polizei an. Die Antwort, Maßnahmen werden beraten. Gegen Mitternacht hatte der harte Kern von 15 bis 20 jugendlichen Randalierern bereits alle Fensterscheiben des Gebäudes von vorn und hinten zerschlagen. Ungefähr drei lange Stunden. Bis jemand bemerkt hat, bis jemand Bescheid gesagt hat. Bis da überlegt wurde, es ist wirklich so, bis man gekommen ist. Bis dahin hatten sie freie Hand und freie Hals, um zu schreien. Weswegen sie uns nicht mögen. Nach dem ersten Angriff werden die Familien in eine andere Unterkunft in Schwerin gebracht. Auch Natalia Kalugina und ihre Kinder. Doch die Brandanschläge hören auch hier nicht auf. Hier auf diese zwei Bette schlafen meine Kinder. Und hier liegen ja Köpfchen. Und jeder Abend kann was passieren. Kann ein Stück Molotow-Cocktail hier explodieren oder noch was. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass die Eingangstüren mit Glasscheiben weg müssen. Und irgendwelche Schutzscheiben für Fenster bereit im Zimmer stehen, falls der Angriff kommt. Und es ist nichts bis jetzt. Es folgt ein Sommer der Gewalt. Es dauerte nur wenige Minuten, dann bot sich dieses Bild der rohen Gewalt, des sinnlosen Zerstörens, des rein menschlich nicht zu Verstehenden. Etwa 30 bis 40 vermummt die jugendliche Drang am späten Sonnabend in das Asylbewerberheim der vorpommerschen Kleinstadt Ueckermünde ein. Hat gekommen ungefähr 30 Leute alles maskiert in schwarzer Kleidung und hat gekommen mit Steinen, mit Schrauben, mit Krügel, hat alles kaputt, die Fenster gemacht. Und der andere, man hat so gesehen, hat alles versteckt in 20 Stück. Erst wenige Wochen ist Manfred Quäkbar Heimleiter der Neuen Unterkunft. Als der Angriff passiert, ist er als erster da und versorgt die Bewohner. Wir haben dort einen Elend vorgefunden, die Familien, die Frauen, wir hatten zwei schwangere Frauen dabei, eine Frau mit einem Kleinkind. Alles lag draußen vor dem Heim auf der Wiese. Sie konnten ja drinnen nichts mehr machen. Das war alles unbrauchbar. Die Zimmer, es sah wüst aus. Trotz schneller Alarmierung kam die Hilfe zu spät. Als Punkt 21.45 Uhr die Randalierer das Heim überfielen, war die nächsterreichbare Polizeistreife weit weg. Uns hat ein bisschen gestört, dass kein Wachpersonal war. Jeder wachte acht Stunden und um 20 Uhr war eigentlich die Betreuung zu Ende. Es trat ein, was so recht niemand auch nur zu ahnen wagte. Was sich hier abgespielt haben muss, ist im Nachhinein kaum zu vollziehen. Der kleine, fünf Monate alte Valentin ist inzwischen wieder wohl auf. Das von den Tätern verwendete Reizgas hinterließ bei ihm leichte Verletzungen und zwang so zur ambulanten Betreuung. Wer sind die Täter? Kommen sie womöglich aus der gleichen Stadt? Die kamen wohl irgendwo auf einer Disco, haben sie sich wohl zusammen gerafft und haben gesagt, die klatschen mal auf. Und es ist ein Gerichtsverfahren erfolgt. Und es wurden also Arbeitsdienste, also Gemeindestätigkeiten und sowas vergeben. Und war eigentlich nicht so in meinem Interesse, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Für den Schaden, den sie angerichtet haben. Nicht nur die 20.000 Euro Marken, die dort Schaden an Material sind, sondern der innerliche Schaden bei den Leuten. Das ist viel schlimmer als 20.000 Mark. In Kummerow ist der Teufel los. Hier streiten allerdings nicht im Welksheiden mit dem Pfarrer, sondern die Bürger mit ihrem Landrat. Und das bereits zum dritten Mal. Ursache des Streites? Das Dorf soll in Kürze 40 bis 60 Asylbewerber aufnehmen. Zu hoch, viel zu hoch, möchte ich sagen. Das ist uns auch sehr überrascht. Also bei 40 und bei unserer Gemeinde, die hat ungefähr 360 Einwohner, das ist reichlich zu viel, möchte ich sagen. Man ist ja selber aggressiv und selber gereizt. Dann ist es ja auch nicht so, dass bei uns alles geklärt ist. Und wenn man sieht, so manch ein Asylant hat hier im Moment eine bessere Unterkunft als ein Bürger hier oder manch ein Jugendlicher. Und da kommt Neid und ist nicht das richtige Verständnis da. Es wird hier noch was geschürt, nach meiner Meinung. Also wir Bürger der Gemeinde Kummerow haben Angst. Wir haben Angst nicht vor den Asylbewerbern, sondern vor den Leuten, die nachgezogen werden. Ich spreche von Skins und anderen Gruppen, die uns das Leben schwer machen und den Asylanten. Zur Lage allgemein ist zu sagen, dass es im gesamten Territorium der Bundesrepublik verstärkt Angriffe durch rechtsextremistische Kräfte, sprich Skins, auf Asylantenheime und Ausländerwohnheime gibt. Und aus dem Grunde unser Dienst jetzt verstärkt in die Richtung geht, dass wir diese Asylheime und auch Wohnheime von Ausländern zu schützen haben. Drei der vier Heime für Asylbewerber liegen außerhalb der Stadt. Nachts sieht es da aus wie im Niemandsland. An ungenanntem Ort erscheinen drei Polizisten zur Nachtwache. Sie gehören zur Bereitschaftspolizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern, kommen aus Schwerin und kennen sich noch nicht aus. Der stellvertretende Heimleiter muss sie erst einmal einweisen. Der Polizeischutz wirkt, wird aber schnell beendet. Innenminister Georg Diederich konnte heute Morgen zufrieden sein. Er zog Bilanz einer ungewöhnlichen Polizeiaktion. Drei Wochen lang war damit die Sicherheit der Asylbewerberheime in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet worden. In jedem der Asylbewerberheime, in jedem Aussiedlerheim waren seit drei Wochen an den Wochenenden Polizeibeamte präsent, um dort zu garantieren, dass jeder Überfall, jedes Vorkommnis, das in Bedrohung gegen die Asylbewerber ausarten konnte, im Keim erstickt werden konnte. Das ist uns gelungen. Das ist auch nicht die Kraft und die Möglichkeit, jetzt eine Dauerbewachung die ganze Zeit durchzusetzen und durchzuführen. Das hätte ja so viele Polizeikräfte gebunden, die dann praktisch immer vor Ort gewesen wären. Aber die Situation war, und so wurde dann in Anbetracht der Erkenntnisse, die sich aus diesem einen Monat ergeben haben, entschieden, dass größere Angriffe flächendeckend nicht zu befürchten waren. Bald eskaliert es wieder, wie hier in Saal bei Ribnitz-Dammgarten. Noch stehen die Gebäude der ehemaligen Unterkunft für Asylbewerber weit außerhalb des Ortes am Bodden. In diesen Baracken wird im März 1992 der Flüchtling Dragomir Christinell umgebracht. Der Hausmeister zeigt das Zimmer der vorübergehend geräumten Unterkunft, in dem ein 18-jähriger Rumäne von gleichaltrigen Deutschen totgeschlagen wurde. Ohne Gegenwehr. Ein zweiter Rumäne wurde schwer verletzt. Hier ist was passiert? Ja, da. Irgendwann. Da. Dragomir Christinell war sofort tot. Die Knüppel trafen ihn, als er wehrlos auf dem Bauch lag. Todesursache, Rotationstrauma. Die eigentliche Todesursache aber, Dragomir Christinell, hatte sich gemeinsam mit drei anderen Asylbewerbern in diese Disco ins nahegelegene Petersdorf gewagt. Hier ist die ostdeutsche Jugend unter sich und will es auch bleiben. Die vier Rumänen werden erst rausgeworfen und dann von einer Überzahl Deutscher angegriffen. Eine der Rumänen, ein Bartträger, zieht ein Messer und sticht es einem 19-jährigen Deutschen in die Seite, um aus der Einkesselung zu entkommen. Als die Polizei eintrifft, ist der Messerstecher verschwunden. Noch in der Disco planen die deutschen Jugendlichen einen Rachefeldzug zum Asylantenheim. Am folgenden Abend, es ist Samstag, der 14. März, machen sich 28 junge Männer auf den 15 Kilometer weiten Weg nach Saal. Sie sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Schüler, Auszubildende, ein Arbeitsloser. Über den Zaun schleichen sie heran. Den bärtigen Messerstecher finden sie nicht. Dafür Dragomir und einen Freund, die gerade Geburtstag feiern. 30 Jahre später. Der gewaltsame Tod von Dragomir Christinell war nahezu vergessen. In diesem Jahr Gedenken und Erinnerung an das Opfer, die Tat und das Motiv. Wenn er ein Deutscher gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch den Ärger gegeben. Aber er wäre am Ende nicht tot gewesen. Das muss man ja mal sagen. Das ist ein rassistischer Hintergrund, ausländerfeindlicher Hintergrund. Und insofern, ja, viele würden das anders sehen. Die würden sagen, ja, das, was da in der Disco am Vorabend passiert ist, das ist der Grund. Und nee, der Grund ist, dass er ausländerbar war, dass er jetzt tot ist. Haben Sie ihn gut gekannt? Ja, das habe ich. Er war ein guter Mensch. Das Foto hüten sie wie eine Reliquie. Dragomir bei seiner ersten deutschen Weihnacht. Gestern, am 4. April, wäre Dragomir 19 Jahre alt geworden. Dass die Täter alle ermittelt sind, tröstet seine Freunde kaum. Der Tod eines Asylsuchenden nur Monate vor den Angriffen in Rostock-Lichtenhagen. Eine Tat, die kaum wahrgenommen wurde und Jahrzehnte unbeachtet blieb. Lichtenhagen war so groß und hat die ganze Welt so sensibilisiert und auch natürlich Deutschland sensibilisiert, dass ganz andere Fragen gestellt worden wären von ganz anderen Leuten und viel mehr Leuten. Also, wäre die Tat nach Lichtenhagen passiert, wäre sie anders aufgearbeitet worden und anders präsent gewesen als so. Im Sommer 1992 ist die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende, kurz ZAST, im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen komplett überfüllt. Trotzdem muss sich jeder, der einen Asylantrag stellen will, hier melden. Viele warten tagelang darauf, registriert zu werden. Sie müssen deshalb direkt vor dem Gebäude der ZAST campieren, ohne Essen, Toiletten und Dach über dem Kopf. Die Behörden tun nichts, der Ärger der Anwohner wächst. Es ist ganz schlimm. Wir haben jeden Tag 10 bis 20 Diebstähle hier. Es ist unmöglich, dass hier in so einem Wohngebiet so ein Asylaufnahmelager hier überhaupt entstanden ist. Meine Kundschaft geht zurück. Ich mache am Tag 50 weniger Kunden, weil hier vorne, das ist eine Toilette, ist das schon geworden. Wenn meine Tür mache ich jetzt 10 Minuten auf, muss ich sie zumachen. Dann kriege ich keinen Luft mehr drin. Es traut sich ja hier keiner mehr, hier einzukaufen. So schnell wie möglich müsste dieses Ausländeraufnahmeheim hier geschlossen werden und nach außerhalb verlegt werden, so wie man uns das vom Senat versprochen hat. Die Stimmung gegen Schutzsuchende heizen auch Westnazis an. Sie verteilen Flugblätter. Und für den Abend des 22. August ruft eine rechte Bürgerwehr zu Protesten gegen die ZAST auf. Angefangen hatte es gestern Abend, als Jugendliche und nicht wenige unter ihnen Rechtsextremisten zu den ersten Steinen griffen. Das Asylantenheim sollte mit Gewalt gestürmt werden. Zwei Streifenwagen gingen in Flammen auf. 13 Polizisten wurden verletzt, acht Jugendliche verhaftet. Bis nachts zwei Uhr flogen Brandflaschen gegen das Ausländerwohnheim und gegen die Polizei. Erst dann kamen Wasserwerfer. Und nun schon der zweite Abend mit den schwersten Krawallen, die es bisher in Mecklenburg-Vorpommern gab. Straßenschlachten. Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Die scheißen und pissen um unseren Block. Die liegen in jeder Ecke. Leute, aber es sind doch Menschen, die hier sind. Menschen, aber das sind doch keine Menschen mehr. Laufen und Scheiß. Wie sie sich auch immer verhalten, aber Menschen bleiben. Das sind doch keine Menschen. Aus Sicht der Regierung sind wohl die Opfer schuld. Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie politisch verfolgt sind. Nach den Krisensitzungen am Vormittag begann am frühen Nachmittag unter Polizeischutz die Räumung des zentralen Asylantenheimes in Rostock-Lichtenhagen. Mit Sonderbussen wurden die etwa 200 Asylbewerber in andere Aufnahmelager des Landes Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Im Moment brennen vier Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen. Wir sehen nur auf einer etwa 300 Meter entfernten Eisenbahnbrücke weiße Helme von Bereitschaftspolizisten, die aber dort nur stehen und abwartend zusehen, wie aus den Krawallmachern und Randalierern Brandstifter geworden sind. Von der anderen Seite jetzt ebenfalls Brandlegung, helles Flammen. So sind auch Bewohner drin. Zusammenbratung ist da. Ich komme nicht ran. Wenn die Polizei nicht bald eingreift, dann haben wir die ersten Zug. Man muss sagen, dass die Leute, die hier tätig sind, zwar von Skins, die Sieg Heilbrüllen angefeuert werden, dass es sich aber zum großen Teil um 13, 14, 15, 16-jährige Jugendliche handelt, die Söhne und Töchter der braven Bürger von Lichtenhagen. In buchstäblich letzter Minute können die Vietnamesen und mehrere ZDF-Journalisten, die im Wohnblock eingeschlossen waren, befreit werden. Und die Gewalt geht weiter. Auch in der vierten Nacht noch kein Friede in Rostock-Wichtenhagen. Im Gegenteil, nach straßenkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen steinewerfenden Jugendlichen und etwa 1000 Polizisten hat sich die Situation weiter verschärft. War es vor etwa vier Tagen der Ausländerhass, der die Leute auf die Straße trieb, weiß inzwischen niemand mehr so recht, wofür oder wogegen er eigentlich kämpft. Das war ja wie unter dem Brennglas, da hat man alles gesehen, was nicht funktionierte. Dass die Polizei nicht, also dass die Behörden nicht funktionierten, das was Nachbarschaft macht. Die Sensibilität, was Rechtsextremismus und, oder ich will gar nicht sagen Rechtsextremismus, aber was Ausländerfeindlichkeit anbelangt, die wurde der Justiz im Grunde erst durch Lichtenhagen bewusst. Bei einer Befragung zwischen März und Mai diesen Jahres plädierten gut ein Viertel aller Befragten für einen völligen Zuzugstopp. 63 Prozent der Bürger waren der Auffassung, die Landesregierung soll versuchen, den Zuzug von Ausländern zu beschränken. Nur 9 Prozent waren dafür, die jetzige Politik fortzusetzen. Zwölf Prozent der Bürger können sich durchaus vorstellen, eine Rechtspartei zu wählen. Das Potenzial für rechte Parteien fällt in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht stärker aus als im Durchschnitt Ostdeutschlands. Der Flächenbrand geht weiter. Auch in der vergangenen Nacht flogen wieder Brandsätze und Steine in Wismar Friedenshof. Seit Montagnacht wurden in Wismar 46 Personen festgenommen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich ausschließlich um Wismarer Jugendliche. Am Wochenende wird mit weiteren Ausschreitungen gerechnet. Viele trieb nur die Langeweile hierher. Randale statt Disco. Unterstützt wurden die Aktionen der Jugendlichen vor dem Wismarer Asylheim immer wieder von Anwohnern. Wir werden immer mehr ins Land geholt, gemacht und getan und wir müssen damit leben. Finden Sie in Ordnung? Sie finden es in Ordnung, dass wir uns beklauen, dass sie machen, dass sie tun. Das finden sie okay oder was? Die Bewohner von Goldberg haben Angst vor Zuständen wie in Rostock-Lichtenhagen. Wir fürchten, dass sowas nach Goldberg kommt. Es ist ja kaum zu vermeiden. Wir alle sind friedliche Menschen hier. Wir wollen nur, dass Goldberg nicht untergeht. Verstehen Sie das nicht? Und das ist das bisschen Existenz, was wir angefangen haben uns zu schaffen. Das kann man uns auch nicht zerstören und sowas überstülpen, ohne mit uns zu sprechen. Und ganz undemokratisch. In der Kleinstadt Goldberg blockierten etwa 500 Einwohner die Zufahrt zu einem neu errichteten Asylantenheim. In der ersten Reihe der Menschenkette stand auch der Bürgermeister des Ortes sowie Mitglieder des Stadtrates. Für mehrere Stunden verhinderten die Demonstranten die Weiterfahrt von zwei Bussen, die 104 Ausländer in das Heim bringen sollten. Die Polizei konnte schließlich die aufgebrachten Bürger überreden, die Straße zu räumen. Trotzdem weigerten sich die Asylanten, in das Heim einzuziehen. Greifswald, vergangene Nacht in der Makarenko-Straße. Rund 150 Jugendliche aus der rechten Szene belagern das Wohnheim für ausländische Studenten. Das war gesellschaftlich getragen. Also die haben sich in der Mitte der Gesellschaft gefühlt. Also sie haben es so gesehen, diese jungen Menschen, dass sie das machen, dass sie die Mutigen sind für das, was hinter ihnen geredet wird. Also so war das. So war das und so haben wir das damals auch interpretiert. Man kann mich erinnern. Sie waren die Mutigen, die nicht nur gequatscht haben, sondern die es vollendet haben. Was hättest du von den Angriffen auf Asylantenwohnheimen? Finde ich gut. Würdest du dich selbst auch daran beteiligen? Ja. Warum? Weil auch die da bleiben müssten, wo sie hingehören. Hast du dich auch schon mal selbst daran beteiligt? Noch nicht. Würdest du auch machen? Nicht mitmachen. Klassenlehrerstunde in der 8a, einer Hauptschulklasse im Schulzentrum Rerig. Thema heute nicht zum ersten Mal, die Asylbewerber. Du würdest es auch akzeptieren, wenn ein politisch Verfolgter hier in Rerig auf Wustow eingewiesen wird und ich komme jetzt in die Klasse nächste Woche und sage, hier sind jetzt zwei, die werden jetzt mit uns gemeinsam den Hauptschulabschluss 9. Klasse erwerben wollen. Ja, dass er hier es dagegen habe, jetzt wenn er wirklich politisch verfolgt ist, aber hier in die Schule, ich will. Würdest du das tolerieren, dass er hier in einer Klasse mit dir sitzt? Nein. Da kriegen sie doch Geld, weil sie kommen. Die leben ja von uns nur. Was? Also ich würde sagen, die Ausländer müssen raus. Mike hat schon richtig gesagt, also die Ausländer, die nehmen uns alles weg. Gegen die Ausländerfeindlichkeit der Schüler hat die Lehrerin schon viel ausprobiert. Ihr Ansatz heute, Ausländer sichern unsere Renten. Doch das beeindruckt die Schüler wenig. Erstmal glaube ich, dass auch ich als Lehrer damit irgendwo überfordert bin. Das sind Schüler, mit denen ich, oder die, wie soll ich sagen, das sind Schüler, auf die ich mich erst einzustellen versuchen muss. Ich bin in die Sache auch mehr oder weniger hineingeworfen worden und bin dafür nicht ausgebildet, um mit solchen Schülern, die zum Teil auch große Probleme im Verhaltensbereich haben, eben fertig zu werden. Ulrike Quester ist bis heute Lehrerin. An ihre Hauptschulklasse von damals erinnert sie sich gut und an ihre Mühe, den Schülern Paroli zu bieten. Ich war natürlich unzufrieden mit, dass ich im Geschichtsunterricht nicht weiterkam, da war ich ja selbst unsicher. Was hatte ich denn studiert? Ich hatte Geschichte der KBDSU studiert, ich konnte die Parteitage aufsagen, konnte ich hervorragend, aber politisch überhaupt nicht tragbar. Und das war für mich schwer. Ich war soweit, ich wollte keinen Geschichtsunterricht mehr geben, ich war sogar soweit, dass ich aus dem Lehrerberuf ganz und gar rausgehen will. Und ja, was konnte ich mit meiner Ausbildung? Ich kann nichts weiter als Lehrer sein. Nur 13 Schüler sind in dieser Klasse, trotzdem ist noch kein Lehrer an sie herangekommen. Die Klassenlehrerin diskutiert immer mit ihnen, andere Lehrer sehen sich nur als Wissensvermittler. Außerdem beschäftigen sie sich vielmehr mit dem Umbau des ostdeutschen Schulsystems. Keine Zeit für die Rolle des Erziehers, die Schüler bleiben unter sich. Ich würde schon befürworten, dass ganz schnell Weiterbildungen in diese Richtung für solche Hauptschullehrer organisiert werden müssten. Ich wäre die Erste, die dort mitmachen würde. Geholfen hat mir keine Schulleitung, mir hat kein Schulamt geholfen, da musste ich alleine durch. Meine Intention ist eigentlich auch nicht, jetzt Seminare aufzubauen für den Lehrer, wie gehe ich an gegen rechts, sondern mir ist lieber, wie erziehe ich die Jugendlichen zu guten Demokraten. Gegen rechts kann unwahrscheinlich nach hinten losgehen. Ich möchte nicht gegen rechts gehen und dann die Linken produzieren. Soziale Umwälzungen, Berufsprobleme, Arbeitslosigkeit, das ist der Nährboden, auf dem Ausländerfeindlichkeit gedeiht. Bundesjugendministerin Merkel hat nun ein 20-Millionen-Mark-Programm gestartet, mit dem die Jugendarbeit in den neuen Bundesländern verstärkt werden soll. Die fünf neuen Bundesländer können damit gezielt Projekte in sogenannten Brennpunktregionen finanzieren. Wo Skinheads und militante Fußballfans besonders häufig zuschlagen, sollen Streetworker eingesetzt werden, Kontakte mit Schlüsselpersonen aufbauen und darauf hinwirken, Konflikte möglichst ohne Gewalt auszutragen. In Greifswald waren Rainer Schwarz und Bernd Schröder als Jugendamtsleiter für die Geldverteilung aus dem Aktionsprogramm AGAG verantwortlich. Etwas Wichtiges wird fehlen, obwohl Räume vorhanden sind. Hier soll ein Jugendzentrum entstehen. Zur Bekämpfung von Aggression und Gewalt erhielt die Stadt Greifswald 360.000 DM. Die Jugendlichen erhalten Unterstützungen, bleiben aber weitgehend sich selbst überlassen, da es nach Angaben des Jugendamtes keinen einzigen kompetenten Sozialarbeiter gibt, der mit rechtsradikal gefährdeten Jugendlichen arbeiten könnte. Die rechte Jugend bleibt unter sich. Schnell bekommt das Aktionsprogramm den Ruf Glatzenpflege auf Staatskosten, denn auch Nazis beantragen Gelder und bekommen sie. Zum Beispiel arbeiten wir mit dem Jugendamt zusammen und mit dem Rat der Stadt und dann zum Beispiel jetzt hier Plakate und Flugblätter verteilen und so. Was steht auf diesen Plakaten? Alles möglich, scheinen Asylanten stoppen und sowas. Und ihr arbeitet mit dem Jugendamt und mit der Stadt zusammen? Naja, mit dem Jugendamt, wegen Gelder und Raum und alles, damit wir Unterstützung auch kriegen. Für welche Organisation ist das? Eigentlich für gar keine. Wir machen hier JN, Nationalsozialisten, so ein Material ziehen wir ein. Und ihr werdet von der Stadt irgendwie bekommen, die Zuschüsse dafür? Ja, teilweise. Natürlich, es kommen auch Gruppen zu uns, wir brauchen Räume, wir sind so und so viele Leute, wir sind rechts. Das ist immer so der Spruch, mit dem sie kommen. Und es gibt für mich keinen Grund oder für uns keinen Grund, die Gruppen dann weniger zu fördern, weil sie für uns erst mal auch nur Jugendgruppen sind. Also ich habe ungeschickt ausgedrückt, was aber noch heute meine Haltung ist. Das ist letztendlich unser Ansatz war zu sagen, wir gucken zuerst auf diese Kids, wir gucken auf das, was die in ihrer Gruppe wollen, woran die Identifikation finden und versuchen damit pädagogisch umzugehen. Macht die nicht im Dreck. Ein See bei Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Herbst vergangenen Jahres das obligatorische Zeltlager der rechten Szene, standesgemäß mit Reichskriegsflagge. Und das ist der Führer des Häufleins. Seit über einem halben Jahr ist der Mann Sozialarbeiter, finanziert vom Bundesjugendministerium. Der Rechte soll sich um die Rechten kümmern, sie von neonazistischem Denken und Gewalt wegbringen. Sein Arbeitsplatz, der Jugendclub-Kiefernheide. Ein Skinhead-Treff. Also ich halte es für nicht akzeptabel, dass Sozialarbeiter oder Jugendpfleger sich im AGAG-Programm beschäftigt sind oder AGAG-Mittel verwalten, die sich selber zur rechten Szene bekennen. Und wenn sowas auftritt, muss das beendet werden. Rechtsextreme, die Jugendclubs übernehmen. Haben sie diese Treffs auch in Greifswald genutzt, um dort Angriffe auf Asylsuchende zu planen? Ich würde sagen, wir haben versucht zu vermeiden, dass sowas in unseren Häusern, in unserem Zusammenhang der Sachen, für die wir verantwortlich waren, organisiert und gestaltet worden ist. Versprechen kann ich es nicht. Aber ich kann versprechen, dass es nicht klug gewesen wäre, die mit all diesen Dingen alleine zu lassen und gar nichts zu machen. Rechte Gewalttaten waren schon vor den Angriffen in Rostock-Lichtenhagen allgegenwärtig. Und sie bleiben es danach. Mehr als 30 Jahre ist das her. Wichtige Details sind immer noch nicht aufgeklärt und viele Opfer vergessen. Etwa, wo Dragomir Christinell begraben ist, bis heute unklar. Ebenso, ob noch Angehörige in Rumänien leben. In dem kleinen Touristenort Ribnitz-Dammgarten will nun eine Initiative mit einem Gedenkstein an seinen Tod erinnern. Es ist ein Mord, der tatsächlich vergessen war hier bei uns in der Region. Keiner von uns, der hier war, hatte so im ersten Moment irgendwelche Erinnerungen dran. Aber ich gerade, wir als Initiative denken tatsächlich, es fällt gerade gut auf eine Stadt, auf eine Gemeinde, wenn sowas aufgearbeitet ist, wenn es vorgefallen ist. Das zeigt doch auch den Leuten, die die Stadt besuchen, dass wir mit unserer Geschichte, die versuchen aufzuarbeiten, dass sowas halt nicht wieder passiert. Der Geschichtsunterricht von Ulrike Quester ist heute anders als Anfang der 90er Jahre. Ihr Wendepunkt, ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Es war einer meiner Highlights in meinem Berufsleben. Alles, was ich bisher unterrichtet habe, war nicht falsch, aber es war nicht gut, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Wir haben dort gelernt, dass wir uns an Einzelschicksalen orientieren sollen. Nicht über die Juden sprechen, sondern einzelne Menschen, einzelne Persönlichkeiten. Also diese ganz gezielte individuelle Betrachtung, das üben wir hier mit unseren Schülern. Natalia Kalugina musste acht Jahre warten, bis klar war, dass sie hier bleiben darf. Kraft, sagt die Chordirigentin, habe ihr immer die Musik gegeben und ihr Engagement für andere Geflüchtete. Wenn man nichts hat, als Socken stricken und gucken, wie die Molotow-Cocktails zu dir ins Fenster fliegen, ist ja ganz anderer Angstpegel. Das ist nur Angst. Und wenn man denkt nicht nur an sich, sondern an die anderen, dann versucht man was dagegen zu tun. Und wenn man dagegen wirkt, wirkt man viel stärker, viel stärker. Und das gibt dem Leben großen Sinn. Nenne ich mal. Natalia Kalugina selbst kam vor vielen Jahren aus Odessa und wurde mit Molotow-Cocktails begrüßt. Für sie ist es selbstverständlich, sich jetzt um die zu kümmern, die heute Schutz in Deutschland suchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020